Yo Leute und herzlich Willkommen zum 19. Türchen des Adventskalenders. Weihnachten steht vor der Tür und wir spielen Headball. Ich kann euch sagen, die nächsten Videos sind heftig. Headball, Headsocker, kennt bestimmt jeder von euch. Hat jeder schon mal gespielt. Jetzt hat er mir noch gefreezt. Okay, kurz zum Thema. Ab jetzt besteht der Adventskalender nicht mehr so wie die ganze Zeit immer aus unterschiedlichen Spielen. Sondern wahrscheinlich nur noch aus Fortnite-Videos. Vielleicht mit einem Special-Video. Aber das kann ich euch noch nicht versprechen. Da ich jetzt mit der Zeit gucken muss, vielleicht auch nochmal ein Minecraft-Video. Oh, Golasso. Mal gucken, wie ihr Bock drauf habt, wie ich Bock drauf habe. Vielleicht mal Insta-Livestream, man weiß es nicht. Ich muss nur verweilen und dann ist es vorbei. Nice. Das war nicht schlecht. Okay, wir müssen nur verteidigen. Hat er gut gehalten. Kurz einmal rüber. Erchen Sie sich selbst so ein bisschen auf der Seite. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Nein, Latte. Oh, jetzt wird es spannend. Yes. Fand ich gut. Ideal. Beginnen. Wie viel haben wir? 170.000? Komm, wir gehen fantastisch rein. Komm. Ich habe Bock. Und wir suchen einen Gegner. Wir sehen es gleich wieder. Ich glaube, ich glaube, das Match verlieren wir. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Ah, ja. Okay. Okay. Wenn wir das gewinnen. Props haben wir. Das ist okay. Das ist okay. Das ist absolut okay. Ich habe keine Chance. Das ist voll unfair. Alter, der zieht mich hier übel weg. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Na dann, Jenta. 20-1 geht es aus. Ich sage es. Nein, das können wir aufgeben, Alter. Was? Bin ich jetzt gebannt, oder was? Besonderlich. Ich möchte euch eigentlich noch Zufallsgegenstand zeigen. Wir werden jetzt einfach mal alle spielen. Ich hoffe, dass wir eins gewinnen, dass wir alle spielen können. Hier geht es darum, dass jeder pro Tor einen Zufallsgegenstand kriegt. Also jeder bekommt pro Spielzug einen. Und such doch jetzt mal schneller. Man sucht immer so ewig. Suche erweitern. Und scheiß, das regt auf. Spielt das denn keiner, oder was? Das ist so ein geiler Mode. Okay, bis gleich. Okay, wir haben einen gefunden. Aber der hat auch schon wieder so einen heftigen Typ am Start. Mal gucken, mal gucken. Okay, wir sind unsichtbar für ihn. Gegner Verbindungsproblem. Easy win. Das ist echt ein easy win. Nee, oder? Okay, ich finde hier keinen. Spielt auch keiner. Spielt mal hier noch eine Runde. Wir finden keinen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst Bewertung da. Und ja.